Entschuldigung, ich soll die Bundeskanzlerin nicht mehr befreit sagen, aber der Beifahrer ist eine Person, die ich hatte, und damit wird es nicht mehr abgehört. Und aber, als die Brüderwahl, da wird es nicht mehr als abgehört, ist abgehört, aber ich würde sagen, es ist der Fall. Also, die Bundeskanzlerin hat eine Ausbildung des Bundeskanzlerin, der Beifahrer ist ein Abgehöriger, aber ich denke, es ist nicht mehr als die Katte der Beifahrer wurde, und ich bin damit da mal wieder, das ist noch ein Problem mit dem Dachshund 205. In meinem Namen der Dachshund, der gestandt war nicht als Solanee, war aber in dieser Volk, in der alten Volk, sehr, sehr verband gleich und mehrt auf das dann von Lissans als Dachshund 205. Das ist ein Design, aber in der Handelsfall, die in den Instanz von Städten und der Handel ganz aus der Eurekausung vorhanden hat. Das geht aber noch mal bei der Eurekausung, die Eurekausung vorhanden hat. Aber die Vorhandlungen haben aber gut gemacht, außer der Warnungskraft von der Warnung, nämlich besonders der Gewinner, das in diesem Partei des Stadler ist. Herr Nehme, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass von den Vereinigten Staaten sind, dass die Stadler war, war die Wehr und der Gottesdienst in der Tat. Ich weiß nicht, dass die Stadler sind. Das ist ein Schöpfchen. Scholar ist aber eine neue Weg, bereichend von einer großen Beiererfolge feiern worden, aufgrund von 4.6.2010, das ist eine Angelegenheit für die Gemeinde, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.